Hey und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal Blade Quest. Seit wann kannst du so moderieren? Seitdem ich hier unten bin und niemand mich stört. Ich würde sagen, wir starten jetzt auch einfach mal Forest. Aber es passiert nichts. So, wir sind auch hier. Komm ran. Oh, komm. Eins gegen eins. Eins gegen eins. Aber ich glaube, das sind die Bosse. Ich glaube, die Bienen sollten wir umbringen. Was haben die für ein Gesicht? Schau dir das mal an. Hast du jemals so krass in meinem Ohr gespielt? Nein. Ich finde das schon krass. Oh, fuck. Drück mal E. Ja, du hast so ein Eis-Ding. Aber Stunt ist auch die Leute. Also, ich glaube, du hast gerade zwei Bienen gewonnen, hättet. Okay. Und wir haben noch eine Potion mit Kuh. Hä? Was ist das für eine Potion? Ähm, das weiß ich nicht, aber ich werde ihn nutzen jetzt. Oh, ich bin schnell. Ah, okay, okay. Oh mein Gott, die nächsten Gegner kommen. Es sind Samen. Easy. Alle weggefetzt. Alle weggefetzt. Keine Chance gegen mich. Regeneriert, Mann. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Aber du hast nicht mehr viele Leben. Ich finde es aber schön, dass man hier seinen Link-Namen benutzt in dem Spiel. Ja, ich bin Boss. Und ich bin Boss 1 auf 7. Der Boss, der Bosse ist jetzt back. Ja. Oh, die Hummeln. Easy. Ich bin tot. Ich bin gleich tot. Ich habe fünf Leben. Regeneriert, Mann? Ich glaube nicht. Sonst hätten wir schon wieder die. Okay, dann müssen wir sinnvoller spielen. Aber das ist doch der Easy-Mode. Da stand Easy dabei. Easy. Ja, du respawnst doch, oder? Ich respawn wirklich, ja. Das ist so easy. Die Frage ist, wie oft? Na, so oft du willst. Anscheinend. Ich mag das. Das fühlt sich schön smooth an. Das Spiel ist nice, aber ich weiß noch nicht ganz, wie ich treffen soll mit meinem Schwert. Ich schlag sie auf daneben. Du musst einfach treffen. Siehst du? Danke für den Tipp, Bro. Und die Umgebung ändert sich halt auch nicht. Es ist wirklich nur so ein linearer Puff. Ja, was sollen wir denn hier machen? Was erwartest du? Keine Ahnung. Irgend so ein C. Das ist ein Level. Wir müssen uns durch das Level durchschlagen. Ja, aber trotzdem. Willst du einfach Open World, oder was? Ja, ich will Open World. Aber wir sind doch gerade in ein Level gegangen. Level sind nicht Open World. Aber das Ding ist, es ist wirklich nur so ein Weg. Und so ein... Es ist immer das Gleiche. Du hast diesen einen Berg und den Weg. Ja, aber es gibt auch noch andere Level. Oh, wir haben eine Brücke. Na? Ich habe meine Abwechslung. Ja, siehst du. Ich habe das, was ich wollte. Ich schlachte alle... Oh, nein! Ich wollte gerade sagen, ich schlachte alle... Ohne einmal zu sterben. Ja, aber du bist dafür schon fast zweimal gestorben, ja? Das stimmt nicht. Ich habe damit... Dafür ist sicher auch mehr umgebracht. Glaube ich nicht. Glaube ich auch nicht. Und One-Hit. Ja, ich One-Hitte. Bam. Easy. Man muss einfach immer warten, bis dieser Cooldown weg ist und dann alle One-Hitten. So zum Beispiel. Ja, gut One-Hitted. Beide waren auch am Leben. Du Opfer. Er ist ja am Fünften Leben. Das ist fast nichts. Das ist so easy. Und ich bin kurz davor, nochmal zu sterben. Ich sterbe niemals, weil ich weiß, dass man ausweichen kann. Man kann ausweichen? Ja, du läufst einfach weg, wenn sie zuschlagen. Ja, okay. Das mache ich die ganze Zeit. Ich stelle mich halt irgendwie trotzdem in die Reihen einfach. Ich nicht. Weil ich halt mehr Boss bin als du. Komm, ich ziehe die jetzt hier hin. Wir ziehen die zusammen. Okay. Okay. Wir trainen die. Oh, die wollen nicht zusammengezogen werden, oder? Doch, doch. Die kommen jetzt zusammen. Und jetzt. Eis. Bam. Und jetzt lebt nur noch dieses Sprout. Weggeflexed. Sprout. Ich würde eher sagen, Opfer. Ahaha. Ahaha. Oh, fuck. Ich bin weg. Lass abhauen. Warum laufe ich eigentlich wie so ein Anime-Charakter? Aber ich sitze noch im Rollstuhl. Oh. Okay, Bruder. Mach das nochmal, Bro. Ah, hier. So. Und jetzt. Auf sie mit Gebrüll. Wie. Sie. Ich bin gleich wieder tot. Oh, okay. Verstehe. Wir sollten, glaube ich, nicht beide gleichzeitig sterben. Warum? Ich denke, dann ist es vorbei. Ich sterbe doch nicht. Das ist mir aber nur so eine leise Vorarm. Hast du jemals... Hast du wirklich geglaubt, ich sterbe? Nein, natürlich nicht. Und gegen diesen Boss hast recht nicht. Wie soll man gegen den denn bitte schon sterben? Indem man einfach... So ein Lapp in dieser Boss. Und du willst dich bossen, deinem... Ja. Ich bin der richtige Boss. Guck meinen Namen an. Ich habe Respekt vor den Spiele-Machern. Das ist ein schönes Spiel. Ja. Äh. Ich will das nochmal spielen. Wie nochmal? Wir spielen doch gerade. Ja. Oder nach nochmal. Du weißt, was ich meine. Nein. Easy. Dann lernen. Und wir haben gewonnen. Oh. Und hast du dann so eine lila Blade bekommen? Du hast eine lila bekommen? Ja. Ich habe nur ein blaues. Ey, blau fände ich cooler. Wollen wir tauschen? Kann man traden? Man kann traden, ja. Ich muss aber erstmal gucken, ob meine lila Blade gut ist. 18 Damage. Okay. Ich habe 21 Damage. Ja, lass tauschen. Achso, das ist ein grünes. Blau. Ja, ich finde das nur blau. Okay, dann meinst du es besser. Dann will ich nicht traden, weil ich will schon eine Blade haben. Ja, und nicht so eine Scheiße, die du da hast. Ich habe einfach den Lava-Zepter. Machen wir noch eins direkt. Welches Level sind wir? Immer noch eins. Ja. Dann müssen wir nochmal den Forest machen. Ja. Man, diesmal machen wir es richtig. Null Tode. Du kannst starten. Ja, ich starte. Los geht's. Oh, ich habe noch schnell getrunken. So. Okay. Es geht einfacher wie erwartet. Aber die sind stärkere Bienen. Die hatten davor nicht so viel Leben. Sicher. Sicher? Ja. Die hatten davor 15 oder so. Kann das sein? Ich will Beweise. Ich zeige sie dir. Oh, die sticht mich viel zu oft. Das ist unfair. Ich habe auch schon viel zu viel Leben verloren. Ja. So. Oh mein Gott. Ich finde es aber lustig oder cool, wie du anfängst bei so Seeds, dann kommen später Sprouts und dann ganze Flowers. Ich mag das Detail. Du bist ja auch ein Opfer. Ich sehe einfach nur Zierscheiben. Ich sehe nur die Gegner. Tja, wie es aussieht, hat dein Angriff niemanden gehittet. Aber wir hatten den gleichen Gedanken. Dass du ein Opfer bist? Nein, dass wir beide hinsprinten und beide dieses Eisding benutzen. Schon wieder. Nee, ich habe es dieses Mal nicht gemacht. Nee? Okay. Weil ich wusste, dass du es wieder machst. Wäre ja Verschwendung. Warte, ich habe die Gegner. Hier kann das sein. Ah, wir sind ein Level aufgestiegen. Deswegen. Ah. Oh. Ich will auch so ein Lila-Schwert. Ich will ein Blaues. Ja, du hättest meins haben können. Ja, ich will, dass das Blau ist und nicht Lila ist. Das meine ich. Ja. Aber Lila ist eine schönere Farbe. Lila ist generell eine schönere Farbe als Blau. Wer interessiert sich schon für Blau? Stell dir vor, dieses Eis wäre Lila. Easy. Ich habe noch nie so ein leichtes Spiel gespielt. Du hättest das für einfach. Dann warte mal ab, bis der Boss-Modus kommt, wenn du gegen mich kämpfst. Das würde ich feiern, wenn man gegeneinander kämpfen könnte. Ich sag dir, das ist der Plot-Twist am Ende des Spiels, wenn wir es durchgespielt haben. Der Final-Boss bin ich. Mach mal so ein Spiel. Mein Nickname hier ist das Foreshadowing. Boss. Und warum heiße ich dann Boss-Einsatz 7? Er hat mich geschlagen. Sag ihm, er soll aufhören. Oh, du hast fünf Leben. Du wirst gleich sterben anfangen. Ja, dann lasse ich mich töten. Nein. Okay. Wir gehen, wenn dann zusammen unter. Du nennst mich Opfer. Ich sterbe mit all deinem Team. Oh, shit. Oh, ich konnte nicht mehr sprinten. Keine Chance auszuweichen. Unfair. Mein Opfer. Hast du mein Eisding gerade gesehen, wie viel Schaden das gemacht hat? Weil ich auch Eis gemacht habe. Egal, das war mein Eisding. Und das hier? Das war's, was du. Aber es hat ja keine umgebracht. Also war's sinnlos. Wieso war's sinnlos? Ich konnte die Gegner danach wegfetzen mit einzelnen Schlägen. Genauso wie jetzt. Bam. Bam. Ich merke schon, du spielst das viel zu taktisch. Streng dich mal nicht so an. Das ist immer noch ein Kinderspiel. Ich streng dich mal nicht an. Das ist easy. Digga, wenn ich mich anstrengen würde, dann würde ich nicht einen Hit bekommen von den Gegnern. Guck mal, der ist ja jetzt weg. Ach, du hast den... Das kleine Viech immer noch nicht getötet. Lächerlich. Ich lache. Oh, ich bin tot. Willkommen zurück. Und wird dich retten. Ja, natürlich. Natürlich. So, die Queenie. Wir haben nicht einmal gehittet eben. Wir waren einfach zu krass dabei. Wir waren zu sehr auf unser Gameplay fokussiert. Easy. Und einfach nur noch rauer fliegen. Ist hier keine Chance. Ich zieh das jetzt durch. Oh, als ob. Du warst mutig. Oh nein, ich krieg schon wieder ein Holzschwert. Ich hab dieselbe lila Klinge bekommen, die du hast. Ja, aber den will man auch nicht. Ne, die ist cool. Ne, ich will das nicht. Ja, ich würd sagen, das reicht jetzt auch, oder? Alles klar, dann war's das mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Abonniert RobloxFelix. Schreibt in die Kommentare, wie gut ihr in Mathe seid. Das war's und ciao! Bis zum nächsten Mal.